Hier wird eine vollständig renovierte ca. 536 Quadratmeter große Bürofläche Zermiete angeboten. Sie befindet sich in Berlin. Das Haus wurde 1924 erbaut. Das Büro verfügt über Teppichboden sowie einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monatlich beträgt die Miete des Objekts 14,50 Euro pro Quadratmeter. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.